heute eine von roda feierwerk mir zur verfügung gestellte batterie im test und zwar die amazing night von fireworks der kaliber beträgt 30 mm echten richtig fettes kaliber und die batterie an sich ist auch relativ schwer dann schauen wir doch gleich mal wie viel kam die nm hier beträgt die nm beträgt hier 380 gramm ja was kann dazu sagen die batterie hat 19 schuss und hat eine steighöhe von 50 meter das design ist relativ cool ich bin echt gespannt wie die batterie ist und jetzt viel spaß bei der amazing night von gao fireworks amazing night